Moin, ich bin Lucy. Ich bin acht Jahre alt und gehe in die dritte Klasse. Ich mache bei The Magic Care Kids mit, weil ich sehr viel Spaß habe beim Singen und beim Tanzen. Meine Hobbys sind Trampolinspringen, Volleyballspielen und Reiten. Apropos Reiten, hier habe ich noch ein Bild. Da steht Lucy und Allegra. Das hier ist meine Stute Allegra, die reite ich immer. Und das da bin ich. Ich bin mit der sogar schon ein Turnier geritten. Ich bin leider fünfter Platz geworden, aber ich bin trotzdem ganz stolz auf Allegra und mich. So, und ich habe noch ein Hobby, nämlich Bodentorn. Bodentorn mache ich jeden Tag bei mir zu Hause. Und Volleyballspielen, Trampolin springen und Reiten mache ich einmal die Woche. Jetzt zeige ich euch noch ein bisschen mein Zimmer. Das hier ist mein Schreibtisch. Da mache ich immer Hausaufgaben. Da mache ich immer Hausaufgaben, wenn wir zumindest ein Fächer aufbekommen. Hier ist mein Bett. Da schlafe ich immer. Und wenn ich morgens aufstehe, wird das sofort auf grüß gemacht. Hier ist meine Leseecke. Da lese ich jeden Abend. Hier ist meine Stylingecke. Da käme ich meine Haare und mache mir auch manchmal einen Zopf. Und das war das schon mit meinem Video. Tschüss!